Hoher Besuch an der Eder. Bundespräsident AD Roman Herzog und Gattin Alexandra Freifrau von Berliching waren zu Gast in Frankenberg. Im Trauzimmer des historischen Rathauses trug sich das ehemalige Staatsoberhaupt in das goldene Buch der Stadt Frankenberg ein. Für den Altbundespräsidenten ging es danach direkt weiter. In der Ederberg-Landhalle sprach er bei einer Vortragsveranstaltung der Frankenberger Bank über Europa. Europa ist heute für viele von uns einfach ein Musterbeispiel für übergeordnete Bürokratie und Normsetzung. Applaus